Hey Leute, Macs sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass man darauf gut zocken kann. Ich würde allgemein den Gaming-Bereich auf den Macs als ausbaufähig bezeichnen. Vor allem liegt es aber eigentlich nur noch an einem Punkt, und zwar der Auswahl an Spielen. Der Moment ist genug Leistung da, zumindest auf den meisten Geräten. Früher war es ja so, überwiegend nur die Flaggschiff-Macs hatten überhaupt genug Power und so viel Rechenleistung, dass man darauf zocken kann. Jetzt hat sich das geändert, jetzt hat selbst das billigste MacBook, und zwar das MacBook eher genügend Power, um die meisten Games gut darstellen zu können. Aber wie sieht es jetzt im Moment aus? Ich bin eher der Typ, ich mache die meisten produktiven Sachen auf meinem Mac. Trotzdem habe ich ab und zu mal Lust, auch eine Runde zu zocken darauf und nicht dann zu meinem Windows-PC zu wechseln. Gerade unterwegs ist das sehr geil, wenn man hier auf dem Mac zocken kann. Deswegen möchte ich euch jetzt einmal ein paar Games vorstellen, die ihr wahrscheinlich schon kennt zum Teil, aber vielleicht auch noch nicht wahrgenommen habt, dass es die überhaupt für den Mac verfügbar gibt und dass man die hier flüssig genug drauf spielen kann auf diesem MacBook. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe hier ein MacBook Pro aus dem Jahr 2020 mit dem Apple M1-Chip, 8 GB RAM, also die Basis-Power, um quasi gut hier drauf zocken zu können. Gerade früher war das Zocken ja deutlich schwieriger, da die meisten MacBooks nur so eine integrierte Intel-HD-Graphics haben. Und die ist natürlich nicht gerade leistungsstark, um hier anspruchsvollere Games abzuspielen. Also das erste Game, was natürlich weltbekannt ist, was ich hier regelmäßig auf meinem MacBook zocke, ist das Game Minecraft. Das gibt es jetzt auch in der Version 1.19, dass es nativ läuft für den Mac. Ihr seht es hier einmal Minecraft Java Edition und in der Version 1.19 läuft das einfach nativ auf dem Apple Silicon Chip und braucht nicht mehr Rosetta 2. Ihr seht es hier, Java und da seht ihr Art Apple und nicht mehr Intel, wie bei Steam zum Beispiel. Das ist natürlich sehr geil, dadurch ist nochmal die Performance deutlich besser und ihr könnt zum Beispiel an einem hochauflösenderen Monitor cool zocken damit. Und die Power ist genug, um hier auch verschiedene Shader zu installieren und so weiter und so fort. Also das mache ich ab und zu, gerade unterwegs ist das sehr cool, wenn man To-Go mit Freunden zum Beispiel zocken kann, eine Runde Minecraft und dabei nicht wechseln muss. Ihr seht, alles läuft hier flüssig. Ich kann auch gleich mal in den Vollbildmodus gehen. Das läuft ohne Probleme und ist ziemlich cool. Das war es von dem ersten Game. Man kann natürlich auch online spielen. Leider gibt es zum Beispiel noch nicht die, die gibt es ja nur auf Windows, diese Bedrock Edition, die man ja auch auf dem Handy spielen kann. Die gibt es auf Windows, aber hier nicht. Es sei denn aber zu erwähnen, man kann natürlich jetzt auch neuerdings, das heißt neuerdings natürlich schon seit längerem, auch hier verschiedene Windows-Spiele ausführen. Das ist natürlich aber auch mit Umwegen verbunden und es läuft natürlich nicht nativ, weil das alles simuliert wird. Und obendrein kostet das auch nochmal. Ich habe zwei Programme jetzt getestet, einmal die Crossover-Variante und einmal die Parallels-Variante. Mit beiden kann man gute Spiele zocken, wie zum Beispiel auch GTA 5. Allerdings kosten beide Varianten Geld und das ist eine einfache Variante hier, um auch Spiele zu spielen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Und einfach mal, das soll ja auch nur für zwischendurch sein. Ich sage mal so, der Mac-Markt ist gerade etwas am Umrollen, gerade auf der WWDC 2022 wurde halt vorgestellt und angekündigt, dass hier mehr kommen soll für den Mac. Gerade was den Gaming-Bereich angeht, weil ja jetzt viele Macs, beziehungsweise alle Macs, die verkauft werden, genügend Power haben, um da Games abzuspielen. Kommen wir zum nächsten Game. Das nächste Game, was ich habe, ist CSGO. Das ist natürlich auch ein sehr weltbekanntes Spiel und das läuft hier auch einwandfrei drauf, dass man das einwandfrei zocken kann. Ihr seht es hier, CSGO, also Counter-Strike, läuft einwandfrei. Man kann das mit genug FPS spielen und sogar auch an einen externen Monitor anschließen, um das halt mit 120 FPS oder mehr zu spielen. Doch, das waren jetzt zwei Spiele, die konnte man auch auf den meisten alten Macs spielen. Ich will jetzt hier aber auch nochmal speziell darauf eingehen, wie es denn jetzt aussieht, die Situation bei den neuen M1 Macs. Da kann ich ein Spiel richtig gut empfehlen, das habe ich leider schon auf Windows durchgezockt. Und zwar, das finden wir hier, und zwar heißt das Spiel Tomb Raider. Und zwar Shadow of the Tomb Raider. Das ist ein ziemlich gut aussehendes Spiel. Es ist zwar schon von 2018, aber ich würde das jetzt auch nicht als so alt bezeichnen. Und die Grafik ist, finde ich, sehr, sehr gut. Also hier kommt der M1 auch schon ins Strugglen. Und zwar habe ich einen Test gesehen, dass es so mit Roundabout bei mittleren bis hohen Einstellungen nur mit 30 FPS läuft. Aber trotzdem ist das völlig spielbar. Also dieses Spiel, Shadow of the Tomb Raider, kann ich auch allen Leuten ans Herz legen. Hat natürlich auch seine Größe, also man muss dann gucken, dass man auch genug Speicherplatz auf dem Mac hat. Das finde ich immer so eine Sache. Ich habe jetzt zum Glück 512 GB, da kann ich einige Games installieren. Aber gerade in der Basisvariante mit 256 GB kann das schon mal etwas knapper werden. Kommen wir zum nächsten Spiel, was es leider nicht mehr in der aktuellsten Version hier gibt. Und zwar Fortnite. Das ist auch ziemlich cool. Ich habe das mal getestet. Es ist jetzt nur die alte Version, also die Version, die halt stehen geblieben ist, bevor halt dieser Streit zwischen Epic Games und Apple entstanden ist. Ja, damit muss man sich anfreunden. Allerdings läuft das Spiel auch einwandfrei mit genügend FPS. Ich habe das jetzt nicht installiert auf meinem PC, weil man muss hier in der Version noch alles installieren. Das heißt, es verbraucht über 90 GB Speicherplatz. Und dafür spiele ich das hier nicht oft genug drauf, sondern eher dann andere Games. Das spiele ich dann eher auf meinem Windows-PC. Da hat das auch nochmal die aktuelle Version und macht deutlich mehr Spaß. Was jetzt aber auch noch eine coole Variante ist und zwar, was frisch rausgekommen ist, beziehungsweise die neuere Variante ist, ist Xbox Cloud Gaming. Damit könnt ihr einwandfrei auch auf dem Mac, so wie auf dem Handy, aktuelle Games hier spielen. Allerdings braucht ihr natürlich dafür kein M1 Mac mit genügend Power, weil das ist halt Cloud Gaming und wird dann auf der Cloud alles gerendert. Dafür braucht ihr eigentlich nur eine gute Internetverbindung und dann läuft das ja auch. Hier kann man nämlich Fortnite in der aktuellsten Version spielen. Ist sehr flüssig, habe ich auch mal getestet. Das würde ich dann euch eher raten, anstatt dass ihr hier euch Fortnite herunterladet für den Mac. Generell finde ich es sehr schade. Ich kann die Entwickler aber auch verstehen, dass es nicht so viele Games gibt für den Mac, weil halt der Markt nicht so groß ist. Also die meisten Leute, die ein Mac abkaufen, den halt nicht, um damit zu zocken, sondern eher, um damit halt produktive Sachen anzustellen. Wenn dann eher sind es zwischendurch Games wie Minecraft oder CSGO, die dann dann mal spielt. So, ich habe allerdings noch ein paar andere Games auf Lager und zwar dafür müssen wir nochmal in den App Store. Gibt es von Shadow of the Tomb Raider noch einen zweiten Teil, den kann ich euch auch noch ans Herz legen. Und zwar, seht ihr es hier, haben die auch noch zum einen Life is Strange, das Spiel rausgebracht. Das ist auch schon was älter. Genauso wie Half-Life, das könnt ihr euch auch bei Steam runterladen. Dirt 4 könnt ihr noch spielen und das etwas ältere Rise of the Tomb Raider. Das habe ich auch auf dem Windows-PC gespielt, deswegen habe ich mir es hier nicht geholt. Auf jeden Fall hat das auch eine ziemlich gute Grafik eigentlich und gerade für zwischendurch ist das auch eher mal dann ein schöneres Spiel. Das waren jetzt so überwiegend meine Spiele, die ich euch ans Herz legen kann. Also, wenn ihr nochmal mehr wollt, dann würde ich euch eher raten, Parallels euch zu holen oder halt Crossplay. Dazu habe ich auch zwei Videos gemacht, wie ihr das installieren könnt. Dann könnt ihr nämlich auch die meisten Windows-Spiele auf eurem M1-Mac installieren. Dann, ansonsten bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt, was man dann in Zukunft auf diesen M1-Macs und M2-Macs und M3-Macs für Spiele alle zocken kann. Weil das wäre ziemlich cool, wenn ich hier auf meinem MacBook, weil es ja auch zehnmal portabler ist als so ein klobiger Gaming-PC oder so ein Gaming-Laptop, wenn ich darauf coole Games zocken könnte. Dasselbe gilt, finde ich, auch für den iPad-Markt. Gerade mit dem iPad und mit dem M1-Chip könnte man so viele coole Games drauf laufen lassen. Allerdings ist es halt nicht erwünscht und wird nicht krass supported. Das war es jetzt von dem Video. Ich hoffe, die Games haben euch gefallen und da waren einige dabei, die euch gefallen haben, die ihr jetzt auch herunterladen werdet und mal anzocken werdet auf eurem Mac. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Spiel ihr denn zu empfehlen habt für den M1-Mac. Ja, dann könnten wir uns ja so ein bisschen austauschen, was man denn so als Empfehlung hat in dieser kleinen Nischen-Gaming-Branche. Das waren jetzt meine Empfehlungen an euch, meine Games, die richtig cool sind eigentlich für den Mac, die man gut zocken kann, gerade auf dem M1-Mac, der ja genügend Power hat. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei, Reviews, Tutorials und so weiter und so fort. Es kommt regelmäßiger Content auf dem Kanal. Schreibt mir auch gerne sonst Feedback in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram, da ist es sich techbrothers-unterstrich-unterstrich. Wir sehen uns an den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.